Hallo? Hallo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist sie tot? Abgesehen davon ist er das einzig männliche Wesen in diesem Land. Und Sie, Pirate, was haben Sie gestern Abend getan? Ich machte einen privaten Besuch, der niemanden etwas angeht. Also haben Sie meinen Vater nicht mehr gesehen. Leider nein. Ein abgefangtes Spiel habe ich schon lange durchschaut. Lieber lasse ich mir noch Unsittlichkeit vorwerfen als einen Mord. Aber Sina, du darfst nicht ungerecht sein. Jeder hier hat dich gern. Ohne Ausnahme. Bitte tu uns nicht weh. Wenigstens eine, die mit ihrem Leben zufrieden ist. Ich habe nur gesagt, dass meine Tochter glücklich ist, sonst gar nichts. Ha! Du warst fünfmal im Bad! Im Bad! In welchem Bad? Du bist deine Schengen! Ich bin gegen ein Uhr einmal aufgestanden. Mir fiel plötzlich ein, dass ich meine Flasche... Flamingo ist okay. Von Freie ist Ihre Florence! Ich habe mich nicht mehr gemacht, aber ich habe mich nicht mehr gemacht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018